Wir sind hier bei C-Life in Spire und haben das Piratentor gemacht. Das war sehr Spaß und ich glaube, wir haben alle viel gelernt, wegen Süßwasserfisch und Salzwasserfisch. Die kleinsten Löwenfans sind für uns natürlich ganz besonders wichtig und heute hat man wieder gesehen, wie schön es ist, wenn die ganz Kleinen leuchtende Augen bekommen und mit solchen Kooperationspartnern wie zum Beispiel das C-Life ist es für uns ganz besonders gut, dass wir immer tolle Events anbieten können. Und ich freue mich, dass Connies Rudel immer so beliebt ist und immer beliebter wird und wir immer mehr Mitglieder dazu gewinnen und es ist schön, da die Fans von morgen zu sehen. Also heute war mein liebster Moment, wie wir die großen Moränen gesehen haben. Das fand ich richtig cool, weil ich war auch immer schwimmen und habe da eine direkt vor mir vorbei schwimmen sehen. Das war auch ein bisschen unheimlich. weil ich noch nicht wusste, was das für ein Tier war. Ich fand es heute einfach nur cool. Es hat auch richtig stark nach Fisch gerochen. Es war sehr spannend. Besonders hat mir gefallen, wie wir den im Seestern anfassen konnten. Das gibt es ja nicht, kann man ja nicht jeden Tag machen so was. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020